Das ist klar, natürlich, indem man Sachen so offen präsentiert, steigt natürlich das. Genau, diese kleinen, das ist so, dann kommen Kinder. Braucht man sich nichts vormachen, das ist einfach so. Wir hatten die Sachen früher in so einer Vitrine, die war abgeschlossen. Das heißt, jeder, der etwas haben wollte, musste zu einem Mitarbeiter gehen, der musste dann mit Schlüssel hin, aufschließen, öffnen. Es schreckt viele Leute einfach ab. Wenn viel los ist, hat man auch nicht so die Zeit, das immer alles zu machen. Das heißt, es geht mit einem auch Kunden durch die Appen. Wir merken, seitdem es klappt, verkaufen wir mehr und das gleich dann irgendwie die Klaurate einfach aufkommt. Aber die kriegen wir das hier kaum.